Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Wir schauen uns heute an, wie es mit Ihrer Karriere, Gesundheit und Liebe steht. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Los geht's! Karriere Wenn Sie Ihren Charme einsetzen, um anderen zu schmeicheln, damit Sie bekommen, was Sie wollen, wird das wahrscheinlich nicht so effektiv sein wie sonst. Es wird nur dazu führen, dass die Menschen Sie ablehnen und Ihnen widerstehen. Sie sind besser dran, wenn Sie ehrlich sagen, wo Sie zu kurz kommen und was Sie brauchen. Gesundheit Ein tiefes Gefühl von Wissen durchdringt Sie, und doch werden Sie damit allein nicht zufrieden sein. Halten Sie sich mit Sport und einer leichten, ausgewogenen Ernährung fit. Vermeiden Sie übermäßige Mengen an Brot und anderen Kohlenhydraten. Fisch, Salat und Hülsenfrüchte sind im Moment gut zu essen. Nehmen Sie viel Wasser zu sich und ruhen Sie sich aus. Während Sie diese Art von Disziplin in Ihrem physischen Leben durchsetzen, könnte Ihr geistiges und emotionales Leben abheben. Liebe Die derzeitige himmlische Energie könnte bedeuten, dass Sie sich ernsthafte Gedanken über bestimmte Aspekte Ihrer Beziehung zu jemandem machen. Vielleicht gibt es einen Plan oder ein Projekt, das Sie gerne mit dieser Person in Angriff nehmen würden und das Ihnen helfen würde, sie besser kennenzulernen, weil Sie sich mehr einbringen würden. Konstruktive Ideen können dazu beitragen, dass Sie beide schneller zusammenfinden und ein konkretes Ziel vor Augen haben, auf das Sie hinarbeiten können. Vielen Dank für Zuschauen. Teilen Sie gerne dieses Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Philippe .